Hi Leute, herzlich willkommen bei TZ Icon Bash. Ja Freunde, es ist jetzt spät geworden. Diejenigen, die die Streams von gestern geguckt haben, sind ja auch ziemlich verballert jetzt. Die wissen, die EA-Server waren sowas eigentlich. Das krasse Future-Star-Event waren die offline. Wir haben dann irgendwann so gesagt, wir geben dem Ganze jetzt noch bis 10 Uhr, haben noch auf irgendwelche Videos reagiert. Plötzlich ging es wieder und plötzlich, Freunde, wir haben den Entschluss gefasst, erstens mal eine krasse Icon zu verpflichten und dann kam plötzlich aus dem Nix eine Lightning-Round, die endlich, endlich wieder gegönnt hat, Freunde. Die hat gegönnt. Das ist wirklich auf Ansage hier. Das war der heftigste Icon-Call, weil wer den Stream verfolgt hat, wir haben das Wort Icon wirklich nur einmal im Mund genommen. Aber der Zusammenhang, wie das dann hier alles passiert ist, Jungs, gönnt euch das in einem Video. Lasst einen Daumen nach oben da, Support ist kein Mord, wir würden uns einfach freuen. 10.000 Daumen, nicht mehr und nicht weniger. Würden uns einfach freuen. Sonntag sehen wir uns dann wieder zum Stream, Montag Video. Let's go. Und ganz wichtig, Jungs, auch nochmal hier, checkt unbedingt TZ2 ab. Dann wird am Sonntag auch ein krankes Video kommen. Ciao, ciao. Noch zwei Minuten und der Fettfingert im Draft rum. Ja, das ist klar, eine Minute noch und der schwitzt im Draft rum. Siggi, Simon, Schau, no hate. Was ist denn los? Hab euch noch ein schönes Gameplay geboten auf Nass. Ja, dem Arbegegner jetzt den Sieg schenken könne. Ja, aber das hat jetzt halt nicht mehr gelangt. Richtig ekliger Move von Timo, sehe ich genauso. Drückt die schöne Schiene jetzt, richtig widerlich. Steh dazu, Digga, ich bin 31er, steh ich dazu. So, 19 Uhr. Ist? Ja. Geh mir direkt rein. Ah ja, geh rein. Ah, gut. Ist auch meine Schuld, ne, jetzt. Oder? Ist halt schlechtes Kawa. Oh, wer hat es gedacht? Lightning Round! Wer ist ins Kawa? Alter, wir fahren rein. Und Walkout. Das gab es schon lange nicht mehr. Digga, das gab es noch nie auf dem Kanal. Oh, mit dem Deraire. Jonali ist da. Was ist denn hier los? Wir starten mit dem Deraire. Schreib mal rein, Digga, wer gekommen ist. Geh mal auf Twitter, auf Twitter. Ja, ja. Oh, gut ist das. Digga, was ist denn hier los? Tja, Digga, jetzt würden die sich das Ding nehmen lassen. Alter, wir fahren direkt wieder rein. Und es ist wieder ein Walkout. Und es ist ein Navas. Du kannst halt einfach gar nichts. Ja, aber es ist doch egal. Es sind zwei Walkouts. Ich ziehe da bessere Torhüter. Torhüter, Bruder. Ich drück dich jetzt in die Schiene, Digga. Wo ist Haaland, Digga? Es kommen zwei Teams. Digga, ich habe einen Stromschlag gekriegt. Also habe heute ein bisschen Anstand zu mir. Alle, wir fahren wieder rein. Guck mal, Wahrscheinlichkeit. Dritter Walkout. Was ist denn hier los? Brasil. IV. Ha. Thiago Silva, aber Digga. Gut, drei Walkouts. Vielleicht haben sie die anderen Server abgeschaltet, dass wir einfach mal Glück haben, Digga. Ja, das wäre mal Ehre. Guck mal die Wahrscheinlichkeit an. 1,3. Das ist nicht so hoch. Na, wenigstens unter 1%. Digga, und es flutscht wieder. Inform Walkout. Ja, TDW ist nicht so gut. Frankreich. Oh, blaah. Hör mal mit. Blaah. Digga, läuft gerade. Proski hat so safe einen EA-Account. Die Wichs-Maus. Zeige ich euch halt hier mal. Rodrigo. Jo, stark. Boah, Digga. Alle rausgeflogen. Wie krank ist das? Bietet auf Spieler. Okay, okay. Wir gucken, wir gucken. Nein, nein. Auch gekickt, Digga. Auch gekickt. Fuck off, Alter. Simon holt sich schnell was zum Essen, ne? Das war's komplett, Digga. Und RIP, ich hätte gerade eben den Fang meines Lebens gemacht. Scheiße, Jungs. Bei Proski auch down? Digga, ich hätte eben eine Wahl geangelt. Fuck. Digga, ist lost, ne? EA-Surfer. Aber es sind nie die Surfer. Laut EA sind die Surfer von ihnen on top, Digga. Alter, war es eine Scheiße. Das ist jedes Mal dasselbe, Jungs. Jedes Mal dasselbe. Was machen die denn mit ihren Servern? Hat da einer reingepartelt in den Server, oder was? So safe. So, Jungs. Willst du Pack, Timo? Eins geht, oder? Oh. Oh, Ibra, Marcelo. Das ist, wenn man richtig süchtig ist, Jungs. Wenn man richtig süchtig ist. Ich wollte nur gucken, was abgeht. Dann geht man in die Web-App und zieht Packs, Digga. Das macht man nur, wenn man richtig süchtig ist. Ein paar Sekunden später. Ah, ja, sieh. Prost, mach. Danke. Wow, Bernardo. Oh, Ronaldo. Oh, Marquinhos doch drin. Auf Transferliste, der Bruder. Das hat er alle hochgeschickt. Wow. Sorry, ich habe in der Web-App noch nicht so viel geöffnet. Wenn man richtig süchtig ist. Ich wollte nur gucken, was abgeht. Dann geht man in die Web-App und zieht Packs, Digga. Ich sage, die haben uns wieder Daumen genommen, extra dafür. Ich wollte es gerade sagen. Spanien. Z.O.M. Isco Disco. WL geht auch wieder, ja. Skusku. Digga. Nein, sorry. Was haben die denn gegen uns, Digga? Ich nehme es mittlerweile, nehme ich es persönlich. Wirklich. Richtig. Mittlerweile nehme ich es persönlich. Hopp, mach jetzt da was. Ach. Der Gott, bist du aber auch noch falsch. Sei ruhig, du, du Rauch, Digga. Ich war auch falsch. Ja, wir waren beide falsch. Wir sind beide gerade rutschig gegangen. Mein Fuß, ich habe gerade so einen Disco-Fox gemacht nach rechts. Hey Siri, wie stehst du zu gebleached'n Ohrschlöcher? Grüß dich. Wie kann ich helfen? Hey Siri, zeig mir mal dein geiles Ohrschloch. Grüß dich. Wie kann ich helfen? Maaan. Die ist ziemlich ungern. Dummi Kuh. Dummi Kuh. Ich setze mal einer ab, oder? Ja. Abfahrt. Einer macht gerade Party daheim. Ja, der feiert gerade. Digga, haben wir eins, haben wir die Stats von dem angeguckt, von dem? Oh ja. Oh ja. Tut jemand bitte dieses Oh ja speichern und spielt es uns nach dieser ganzen Weekend League nochmal ab? Oh ja, Baby. Oh ja. Big Transfer, Digga. Wir könnten aber, ach, jetzt Rolle-Probleme kriegen auf den Platz, ne? Hierarchie und so, ne? Ganz dicke Probleme. Let's go! Hashtag A9. Abfahrt, Rulat, ist da? Boah, Digga, jetzt hab ich schon Bock auf die Wellen, ne? Ich mein, wir wissen alle, wie es ist. Oh, 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 oh. Oh! Oh! Nein. Was denn? Nein. Ich hab ihm die Bußkarte gegeben, Digga. Wir müssen den Spieler brechen. Als Maul. Er kommt in den Verein, Digga, ne? Und er chokt direkt, Digga. Bruder, was machst du denn? Was kannst du denn überhaupt? Wir brauchen... Digga, was kann der? Man geht einmal aufs Klo und man sieht, die dicke Currywurst hat eine Bußkarte drauf. Stell dir mal vor, der wäre so... 99, 99, 99. Ja, sorry, ich hebe die Hand, es ist spät, ich hab gefettfingert, ist okay. Zeigt alle mit dem Finger auf mich, wenn es euch geil macht. Kam noch ne Lightning Rounds? Was? Weiß nicht. Alter, da sei schneller aus der Taktik raus, wie man die Kugel kann, Digga. Kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen. Doch. Ehre, Ehre, Ehre. Ich küsse den Chat sein Auge, Alter. Ehre. Ehre. Do you believe? Ich believe. EA Sports, ich believe. Also haut jetzt was raus. Wo ist denn das Siri-Cut? Ach, du Scheiße. Digga. Such weiter, komm. Heißt das immer du links? Siri und suchen, hier. Fertig. Bitte, lass uns doch einmal die Animation sehen, oder? In der Lightning Rounds passiert was Krankes. Digga. Nein, nein. Ich sag einfach nein. Halt, stopp! Push it in, man! Push it in, man! Reich? Ich, das ist... Diabiii! Endlich, Digga. Wenigstens 10. Put future star. Diabiii. Jawoll, Bruder. Wenigstens den Counter heute noch auf 1 mache. Da lacht mein Herz. Digga, da lacht mein Herz. Wird zwar nicht so viel wert sein, der Kollege, aber die Werte... Ja, mach weiter. Ich will auch nochmal. Komm, ich mach ein Back-to-Back. Back-to-Back. Ich mach jetzt eher, nein, Prime. In der Lightning Rounds passiert was Krankes. Komm, ich mach ein Back-to-Back. Back-to-Back. Ich mach jetzt eher, nein, Prime. Halt! Ikone! Halt's Maul! Halt's Maul! Halt's Maul! Halt's Maul! Es ist gar so! Halt's Maul! Es ist gar so! Ja! Ich stehe auf die Kone! Ich stehe auf Anzeige, Digga! Auf Anzeige! Digga! Auf Anzeige, Bruder! Was? Digga! Digga, das gibt's nicht! Es ist Brian, es ist Brian Dacca. Oder? Nein, Mittlerain Dacca. Mittlerain Dacca. Sorry, nehm ich zurück. Digga, was war das für eine Anzeige? Es kommt Brasilien! Ich hab gedacht, das ist er, Digga! Fuck! Ich hab gedacht, das ist er! What the fuck! Digga, ich hab einfach gedacht, da kommt jetzt... Ja, das auch! Digga! Gönnung wegen Neymar! Maa, danke! Ich küsse demjenigen, das ist ein Auge, der gesagt hat, das ist eine Lightning-Round da! Junge, ich komm gerade auf mein Leben klar! Ich sag gerade noch, dann zieh ich halt eine R, nein! Und es kommt eine Icon, es kommt Brasilien, Digga! Ja, du sagst noch... Ich hab den Schock meines Lebens! Digga, du sagst noch... Digga, du sagst noch... Ding, die Lightning-Round wird anders! Digga! Die Lightning-Round wird anders! Ich zitter richtig, Mann! Ich zitter richtig! Fuck! Bruder! Oh mein Gott, Digga! Bruder! Unser Account lebt! Er lebt! Ich bin weg, Digga! Ich bin weg! Eine Icon vorne Brasilien und dahinter noch ein Future-Star! Ne? Push dich! So eine Pack an sich, Bruder! Moosalat! Dieser Account ist ausverstanden! Der Account ist da! Oh Gott! Junge, woher? Woher? Die entschädigen gerade so richtig, Digga! Digga, komm, fahr rein! Immerhin Walkout! Ingeland! Oh, Sterling! Bisschen da, Digga! Weiss like the Phoenix, Digga! Komm, Timo! Komm, Timo! Cristiano Ronaldo! Schlewandowski! Shine on me! Shine on me! Schlewandowski noch am Start! Oh! Hätte auch Pelé sein können! Stimmt, Z-U-M! Ich war irgendwie komplett bei Gaucho! Ramos, Ramos, Ramos! Ey, bist denn echt in einem guten Fahrwasser gerade aktuell! Bist denn echt in einem guten Fahrwasser, Digga! Mal kommt so ein Parero!